Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 3. Ja, sorry, das ist, ähm, dass ich ja so lange nicht mehr gespielt habe. Ähm, ja. Ich habe, äh, ich habe das bei anderen, ähm, Videos von mir schon erwähnt, dass ich, äh, einen neuen PC zusammenstelle und baue. Jetzt, äh, will zum Beispiel. Ähm, genau. Und, äh, ja. Das habe ich jetzt gemacht und ich bin jetzt fertig. So, und, äh, jetzt kann ich wieder aufnehmen. Äh, das hat halt alles, äh, bisschen länger gedauert als, ähm, als ich dachte. Also, ich, ich habe halt, ähm, das Gehäuse selbst, äh, selbst, äh, gebaut, deswegen war das ein bisschen dämlich. Wer auf der falschen Seite steht, stirbt. Ähm, warte, C. Ach gut. Gut. Äh, ja, ähm, finden die, äh, sie den A-Tlas-Agenten. Ah genau, gerade ist ja, äh, sind ja, das ist halt das Halloween-Ding. Deswegen, äh, leuchten die Kategorien. Gut. So. Gut. Was hat er denn denn getroppt? Hier ein bisschen davon, ein bisschen davon. Weil nix wirklich aufregendes. Ah, abgesehen davon. Was habe ich denn gerade an? Äh, so. Ja, das da kann ich wegwerfen. Das da kann ich wegwerfen. Ähm, wieso nehme ich die eigentlich auf? Schon bekannt. Dann kann ich das wegschmeißen. Das glaube ich... Also. So. Äh, da, 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 da. Wo ist der, hier nachdem, äh, nachladen wird, äh, der gesamte Terror verbraucht. Oh. Das ist doch mal schön. Nice. Schnieke nice. Gut. Hi. Kommt schon, Schlappschwänze. So. Natürlich weißt du das. So. Dann schauen wir mal. So. Wieder aufladen. So. Finde den Agenten. Wir haben ja, äh, glaube ich, alles gemacht soweit. Aber es ist schon viel zu lang her. Genau, stimmt. So. Hi. Hey. 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 So, alles schön und gut. Das ist ein Hut. Das ist ein Hut, das ist ein Hut, das ist ein Hut. Das ist ein Hut, das ist ein Hut, das ist ein Hut. Das ist ein Hut, das ist ein Hut, das ist ein Hut. Da war auch noch was. Oh, echt jetzt. Das ist ein Hut. 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 Das ist ein Hut, das ist ein Hut, das ist ein Hut. 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 So, da sind es gar nicht mehr. Hm, dann schaue ich mal wieder. Ha, okay. Da schaue ich mal dann. So, äh, ja. Ja, und nach jedem Neustarten, ähm, werden ja die Truden wieder neu bestückt und ich will so nicht mehr. Ach, komm. Ist mir verarscht. Was? War das schon alles? Ja, schon, gell? Weiß auch nicht warum. Wee! So. Ah, da ist ja noch einer. Äh, nein. Äh, oh, oh, was ist das denn? Nicht für mich, leider. Ich treffe den einfach nicht. Egal. So, und das schaue ich mal. So. Hm, den können wir wegschmeißen. Und dann haben wir uns den da. Äh, zwar nicht für mich, für uns, aber vielleicht spiele ich irgendwann mal den. So. Gut, dann. Tja, Idiot. Gut, dann schauen wir mal. War ich hier rum? Hm. Okay. Okay. Dann wollen wir mal sehen. Boah. 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 Das war's für heute. Der nächste, bitte. So. Glutsch. Hier rüber, ihr Hackfressen. Ja komm, komm raus. Ich tu dir nur ein bisschen was. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Gibt's hier rum was? Oh nein. Ich will da hoch. Verdammt. Hm. Okay. Dann knacken wir das mal. Hm, ist hier irgendwas? Ja, nur... Ja, nur solche kleinen Dinger. Die lass ich mal jetzt da. Oh, hi. Ach, das wollt ihr nicht. Oh. Ja. Ah, hinter mir ist einer, was für uns ist weg. Hi. Ja. Die sind leider haftend. Die sind leider haftend. Die sind leider haftend. Das ist ja nicht so. Und dann? Genau das hab ich gebracht. Sehr schön. Ah, da ist was. Wuuui. Hi! Willkommen bei Keine Brühe für die Gottlosen. Ich bin Loreley. Was darf ich dir heute bringen? Oh, ähm, du bringst mich in Verlegenheit. So viele verschiedene Röstungen. Was ist deine Lieblingssorte? Oh, du musst unbedingt den Arcturianischen Superschwarz probieren. Das ist das Beste auf der ganzen weiten Welt. Dann nehme ich einen davon. Acht, äh, Würfel Zucker bitte. Loreley, ich muss dich was fragen. Du bist immer so fröhlich. Wie hältst du das den ganzen Tag durch? Oh, da spricht nur das Koffein aus mir. Ohne bin ich der reinste Albtraum. Wir wurden mal morgens überfallen, bevor ich meine erste Tasse hatte. Ich hab den Typen mit nem Espresso-Löffel erstochen. Hier, dein Kaffee. Ach, das ist ja schrecklich. Danke, äh, für den hier. Ich genieße mein Getränk mit meiner Gesichtsöffnung. Äh, dann weiß ich ja, wen ich rufe, wenn ich mal ein paar Kehlen gelöffelt brauche. Ich muss los! Lass dich nicht rösten! Lass mich mal, mir los! Okay, cool! Sesino! Oh yeah! Alter! Yeah! Mein Lieblingscharotter! Hm Hm Hab dich auch lieb. Ein einsilbiger Ninja. Ich mag ihn. Ja, total. Das war's für dich. Oh, ich will wieder Zero spielen. Das war der einzige, ähm, einzige Charakter, den ich über, äh, Level 50 gespielt habe. Weil, ja, der war, der war einfach am Spaß. So, noch mehr? Da oben. Hui, hui, hui. Äh, was? Warum? Hä? Warum bin ich tot? Hä? Zero, komm her. Oh, warum war ich jetzt tot? Echt, komisch. Rücken aus! Das Kraftfeld ist deaktiviert. Super, jetzt brauchen wir uns nur noch im Waffenlager zu bedienen. Sind das Atlas Dropships? Negativ. Jetzt sind sie sauer. Der Gegenangriff kommt gleich mal. Oh! Bleib liegen, Luscher! Mhm. Mhm. Der Klick, hey, könnte jetzt zero die alle alleine den Klatsch machen. Ja. 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 Ja, Aj." Mhm. Kann sein City. Ja. Ja,明白 her. Ja. 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 Nein! So! 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 das so ich glaube das war es Bei unseren Fähigkeiten war das ja schon klar. Schon, ne? Und was ist unser Ziel? Mein Schwert braucht Upgrades. Neue Maliwan-Technik. Durchsucht das Lager. Ich will sowas auch haben. So Schwert und Update und so. Schwerte-Update. Aber hey, Waffen kann man. Ja, das klingt doch nach sehr viel geilen Zeug. Oh yeah, so meins. No. 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 Und... Das... Sieht doch gut aus. Plus 3 und plus 2, ich gehe ja auf blau. Hier Treibstoffmähe ist natürlich richtig gut. Ja, come on. Was habe ich denn gerade online? Ach, habe ich noch? Ja, stimmt, habe ich noch gar nicht. Stimmt. Und... Habe ich voll vergessen. So. Ja, den... Den können wir eigentlich wegrauen. Der ist auch ein... Ja, plus 1, plus 1 ist nicht so... So stark. Also da ist ja plus 3, plus 3 schon viel besser. Das da ist ein Schild. Hallo, Daddy ist zu Hause. So, Shotgun, nüpp. Nüpp, nüpp, nüpp. Sniper. Ist besser als meiner. Waffenschildkapazität ist besser. Schaden nach vorn gerichtet. Projekte. Kugel auf den... Ach so, das ist einer mit Schild. Dann tausche ich das mal. Ja. So. Mal hier schauen. Beide sind nicht so gut. Revolver nehme ich eigentlich... Oder Pistolen. Äh, habe ich nicht ausges... Oder es ging nicht gespielt. Was tauscht du dafür? Ich... Ich komme gleich. Ich bin schon da. Hier. Ah. Oh, schade. Ah, warte mal. Also, meins macht... Ähm... Meins ist, glaube ich, nur... Äh... Vom Schaden her besser. Ja, wobei... Nee. Warte, ich... Ich schmeiß mal... Dich kurz raus. Pandora fehlt mir. Weniger Gesetz. Mehr Mord. Viele schöne Kills. Nichts. Ups. Warte mal. Das war es seiner, ne? Hä, aber wieso habe ich den schon? Okay, 21, 29... Also, die... Die Stats sind genau gleich. Also, die Grittentische Schaden und, äh... Waffenfeuerrate. Aber sonst ist der... Besser. Aber ist halt genau gleich. Danke. Schau mal her. Monomolekular Klinge. Ein echt... Cooles Schwert. Oh, yeah. Hey, Reese, bester Freund Zero, beklaut mich. Was ist los? Taucht Atlas nichts mehr? Mein Angebot steht noch. Es ist noch nicht zu spät, um für Marley One zu arbeiten. Und du musst der Kammerjäger sein, von dem Tyreen mich gewarnt hat. Ich hab für dich keine Zeit. Dann lass ich lieber meine überlegenen Streitkräfte spielen. Überlegen. Katagawa ist der Hauptfusionsleiter. Jetzt bei Marley One. Der Typ ist ein Arsch. Und voll besessen von Reese. Ganz schön unheimlich. Das Upgrade lässt mich Marley One Schilde schneiden. Tritt zurück und schau. Okay. Okay, dann kann er jetzt die Barriere durchschneiden. Das Giga-Hirn? Was ist ein Giga-Hirn und wie kann ich es töten? Malie One K.I. Sie hält die Geheimnisse. Ein echt geiles Ziel. Wenn wir das Giga-Hirn plätten, haben wir also Zugriff auf Ihre gesamte strategische Datenbank? Das ist ja der Plan. Treffpunkt Halcyon Raumhafen. Und die Jagd beginnt. Oh nein, das war der... Oh, schuld. Wer will schon... Ewig leben? Was ist noch? Tja... Wieder... Oh, 35 Uhr. Wir haben schon wieder überzogen. Tja, dann bedanke ich mich für Zuschauen. Und das nächste Mal schenken wir das Giga-Hirn aus. Was ist denn das Giga-Hirn? Da ist das Giga-Hirn. Gut, dann bis dann. Bye, bye. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.